Fuck! Scheiße, Mann! Hast du sie erschossen? Wieso? Keine Ahnung. Lass uns sehen. Was machst du hier mit der Waffe zum Teufel? Hey, was wird das? Oh, ich muss mich konzentrieren. Spinner, ich rufe die Polizei. Nein, das wirst du nicht tun. Doch. Dann muss ich dich auch erschießen. Ja? Ja. Ey! Was macht ihr da? Das ist jetzt komisch, Arscheritz. Es ist nicht so, wie du denkst. Verpisst euch! Das ist nicht so, wie du denkst. 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 Das ist nicht so, wie du denkst.